hallo und herzlich willkommen bei kohlen exil zu das eingeschalten hast weiter geht's mit auf leveln und ja noch geplant das hoch mal in die höhle reinschauen wo man letzte folge da waren aber ich weiß was stahl schild stahl schmied wo ich erstmal ach so geht ja nicht scheiße gut ist das habe ich jetzt vor wo kriegst schäfe schäfe her gut haben trotzdem freigeschalten okay gut als nächstes müssten wir stein metz gesellen wissen freischalten ausgeht noch nicht mit level 20 tschuldigung eisen verstärkung hat das gehört immer dann als danach nach und bauen aus einem bund trinken also bauen okay dann sieht man das was ich hier ach ja gesundheit schauen und ein solches erste baue eine knochen hat man hat auch noch nie hat da kann ich noch nie knochen hat knochen das war da unten ja auch nicht ja dann können wir uns doch sagen wir mal so bessere schild herstellen wir schon da ja da würde ich ja ich bestimmt das mal reinbacken für meinen zukünftigen sklaven okay also knochen du machst mir hier rein geformtes holz fleisch oder sieht aus fünf minuten nach der zeit so dann wacke ich schmilzt noch da werde ich dich noch mal rein tun ok dann ruhig den warte mal müsste ich das doch reparieren können oder sieben stück operieren ok komm und ich jetzt hier rein tun steinhackmesser sicher das war natürlich nicht mehr auf das schmerzt man sich noch mal mit durch ich denke mal waren wir schon brauchen dann durch das geformte holz und das sind ein chaos bei mir essen kommen wir schon mitnehmen nicht nur der hälfte ach wasch das da schon gewundert so müsste ich mal vielleicht noch mal getränke basteln oder habe ich die schon und das noch mal schauen bevor wir zu hoch gehen natürliches leben das bräuchten da was so das bräuchten hier rein ja was ist das jetzt ja das frische ja ja ich denke mal immer mehr mit und das bräuchten das bräuchten das bräuchten unten rein du hast dich da rein das holz mal machen dass du mal auf also ich denke mal dass man so wenig so wenig machen so holen wir jetzt noch die getränke für stück tun wir hier rein okay das was anderes schwacher und du bist okay okay gut dann muss ich mal sagen gehen wir jetzt mal hoch zur höhle ja ja noch nur rum hier ist richtig nee nein reichen noch mehr attributpunkt darf ich nicht ich brauche ich ich hält so was bräuchte noch mal holz kreuz irgendwie etwas mit holz doch einmal hin hatten wird recht herstellen und so mit dem hammer weg und tun das rein hoffe ich weiß nicht welche uhrzeit sehe ich vielleicht auch nicht okay dann gehen wir so in die höhle gucken was da ist da kann man die keine ahnung die explodierende tierchen da und dann denke ich mal wenn wir dann bestimmt ende der folge aufgelegt sein und da kommen wir uns nach neben den den journal weiter folgen wir sind drumherum sonst kommt ja das komische tier genau hier sind wir richtig ach so wenn ich die facke animationen an glauben oder ja wenn ich die facke in hand habe gar kein schild wo es ist wieder umschweißt du mit stein das zu sechs und dann gucken wir mal rein man schreckt mir nicht so was ist das gleich ist abbauen na ausdauer okay und versuche ich mal die abzubauen ah ok krieg kristalle ok ok kristall einmal klau zwei schläge reicht das schönes schwert das schön da ist ein also ich müsste mehr ausdauer irgendwie ach was bist du denn das ist das zückling gut ob ich den häuten kann ich häute bitte mal versuchen mal den zu häuten ich muss auch treffen mir gehen dann erstmal betrank ok was habe ich jetzt gekriegt ja ok sammel und gehen geht es nicht weiter ok von oben komme ich also hier kann ich nicht nur kristalle ernten wenn ich nur gleich mit einmal der mutter sind umgeklärt nur mögliche mit alle so mehr was haben wir jetzt auf freie schalten Belohnung abholen Herausforderungen Okay, XP Was? Affen töten Was meint die mit Affen? Wissen Achso Stufenaufstieg, na perfekt Da kommen wir uns ja den Beschwörer Neue Reise freigeschaltet Den ja, Steinwitzgeselle Haben wir jetzt freigeschalten Gut, dann gehen wir zurück Okay Dann wissen wir Ich laufe nochmal, vielleicht habe ich da irgendwas verpasst Also hier komme ich nicht rein, oder? Nein Da auch nicht Okay, das war's Wie viele Kristalle haben wir Gut Na okay, da haben wir das Haben das erforscht Also ich denke, wir haben bestimmt, wenn ich jetzt wieder was brauche, sagen wir Kristalle Wo ist man dunkel Der war da noch irgendwo Ist klar, dann Ich glaube, ich müsste bei mir mal so irgendwie so So licht hinzumachen Achso Oh shit Oh shit die schwebe wird mit einem pickel getrennt schwebe ist in der welt zu finden wo eine färbung oder stehende tropfen form leicht zu erkennen aha ist ganz schön windig dazu ok jetzt mal ach so ich glaube die kristalle mal hier rein ich weiß nicht ob man die brauchen hier drin so ok so schauen wir mal ihr wollt eine stein metz genau isoliertes holz das ich tue mir das weg hier ja jetzt wird das ich könnte ja nur vergehen machen ein anja wahrscheinlich ist das holz noch mal gucken ok so mein werkbank eines sommermann ich muss manchmal die schule schulter schilder hinstellen wo jetzt die werkbank zum moment das wort hier glaube harz und trockenes holz ok wieder hoch hat das scheiß mehr shit über harz wieder besorgt er kommt gleich hier noch ein tun trockenes holz haben und ach holz haben wir auch sehr schön also war jetzt schon drin und wie wir brauche ich da mal erst mal eins und freischalten so eisen verstärkung herstellen da müsste jetzt wieder hier ja erstmal eins haben wir gebäude bauen oder verbessern gebäudeteile oder oder jetzt haben wir ja wie kann ich das jetzt verbessern gebäude ach das vielleicht oder dann zähl mir auf mich verkehrt da mache ich mal stelle ich mir zähne her und da wurde noch mal das das holz stelle ich auch mal zähne da bauen wir uns erstmal eine tür was sieht es hier aus du arbeitest noch und du arbeitest noch ähm das 6 F weiter stein steins ach steinzige aber da ist dann was ist das geformtes das auto ist was ja teuer okay gut machen wir erstmal die tür ich brauche das geformt da jetzt dann stellen wir nochmal geformtes holz her ich bin mal gespannt wie wir das ähm stellen wir es mal zähne her du hast es schon du bist fertig ja ja dann muss so okay auch nur noch zwei ja ich bin mal echt gespannt ich hab noch ach 16 wie war ich hier ach war doch verkehrt ich habe verkehrt geschaut ähm gebäude ja oder wie kann ich das du musst einen Slot finden raus und verstärkte tür aber irgendwie was habe ich jetzt gebeutet der debat ist doch oder verbessern ist auch eine bessere tür aber was standen da nochmal schnell schauen die ausser gebäudeteil nur ganz gebäude ersetzen wenn du verkwertet auf dem weis wann ein gebäudeteil platzierst okay das material setzt dann rum uns halt mal was brauchen wir da ziegeln und ziegeln ziegeln haben wir rum wir da okay was ist das tür so ich teste ich haue einfach mal drauf aha cool und das ist ja aus holz oder das sieht auch nicht schlecht aus ach jetzt jetzt schnöcklich warte dann wollen wir das nochmal rein sieht doch nicht schlecht aus ah okay ist doch ganz schön ganz schön teuer okay dann haben wir das schon mal fertig das ist schon mal nicht schlecht dann haben wir das Brunnenwissen freischalten gut 7 aha level echt jetzt level 25 großer Brunnen großer Brunnen ja ja dafür warum soll man geizig sein und dafür haben wir das gebaut vielleicht unten das bisschen verbessern was brauche ich jetzt für die Verbesserung nochmal ach das gute alte wo ich jetzt das haben möchte 3 1 2 also Stahl ist ganz schön teuer also das Eisen was bist du Stahlverstärkung Eisenverstärkung Stahl kann ich Stahl herstellen ach komm 39 ok dann das Ziegen ach hier haben wir auch noch reicht wohl nicht ach doch ich würde gerade sagen ok dann werde ich mal sagen dann tun wir das nochmal hier rein dann tue ich den Stein nochmal rein Start und da werden wir schnell was hacken nehmen wir kurz Hackebäder da müssten wir jetzt noch 5 Level aufsteigen um dann den Brun zu bauen ok wir könnten mal auf Schwefel zu gehen irgendwo muss doch Schwefel sein oder meistens Schwefel ist doch ist doch denk mal hier oben oder da war da waren wir drin Schwefel meistens doch beim Vulkan Schwefel also würde ich sagen jetzt weil hier ist doch so vulkan ich mit mal Jugendlichen leicht sind vielleicht sind hm oder wir holen den Stein nochmal und dann und hier wir knallen uns mal voll muss er treffen dann schmerzen wir dann die Steine oder machen die zum Ziegerstein oder ich gehe zwischendurch mal auf Eisenjagd jetzt gucken wir schon ja Eisenjagd so dann lassen wir das schön durch brutzeln reicht das Holz glaube ich nicht na komm mach erstmal an gut wie sieht es hier aus ich habe da noch Eisen hier was und du oh du bist ja schon fast fertig gut dann machen wir das so und bauen jetzt nochmal schnell noch ein bisschen fertig äh da wir haben das das dann machen wir es mal hier oder vielleicht den Turm zuerst machen und dann das andere nach und nach war noch geformtes Holz oh na gut das verschieben dann noch morgen ich bereite es alles vor und dann bauen wir das ja aus wenn es du Interesse hast da bauen wir da zuzuschauen weiß ich nicht wenn es komplett ist dann ich muss mal kurz mal schauen ja doch oder das nur die sieht bestimmt gut aus wir machen jetzt nochmal das immer Schluss machen ja ähm so dann machen wir Nummer 6 machen Dinger fertig und machen das mal oben wir müssen mal schauen wie es so aussieht lass mich mal reingucken was hat er irgendwas oder was hat er hat er hat er hat ein deutsch könnte ich das ja weg machen ich habe gesagt weg machen das lassen wir hier oder hatte mich das weg machen weil es irgendwie so orange oder ok es hält gut doch das ist dann haben wir dann eine schöne höhle drei stücke ersetzen da mache ich die dahin und dahin gut da wissen wir das wie es aussieht vielleicht oben dann vielleicht auf stein mit müssen wir mal schauen das war einfach nur stein ich brauche doch was immer schon ziegelmauer sind wir ja glaube oder was ist jetzt nur besser welches holz ist noch besser fragen überfragen gut dann sehen wir uns dann morgen nächste folge und dann sage ich mal wiedersehen danke fürs zuschauen sater zückli schüssi